Ich bin der Allemha de Naqshu Benziah, Islam und Aqshu Benziah, die nicht sohbet beginnt, nicht sohbet, Islamisch, ja, ich beginne es. Zum Beispiel der Schnitten, zum Beispiel der Penis, zum Männer, wenn einer Mensch nicht schnitten gewählt wurde, der betritt, wenn der Islamische, immer mit Islamischer Treue, muss nicht mehr sterben, er betritt aber in der Höhle auch. Er muss vor Partys nach der Höhle betreten, weil er keine Ahnung ist, oder was sagt er? Niziz stirbt er, von der Sache, von der Niziz stirbt hat es nicht sohbet, das ist daher nicht ein richtiger Muslimist. Erst betritt er nach der Höhle dann Partys. Es ist so, wenn wir Kinder zu vorsichtig sind, bitte machen sie, wenn eine herren junge Kinder kille, wenn er klein ist, sofort durch Penisse zündet, das ist am besten. Sofort. Wenn der eine Mosle, ja, wenn der, ja, es ist so, aber wenn er, ja, wenn einer Küft war, Moslimer werde, wenn er einen Schnitten mache, zum Penis nicht mache, der betritt nach Höhle. Aber wenn er Islam Moslimerin ist, Moslim ist, Islam zum Beispiel alle Witten, oder was weiß was andere Messer bin, sie betreten auch nach Höhle, dann nach Partys. Ich weiß ja, weil alle Witten haben keine Schnitte für den Penis nicht. Sie, sie, sie gehen nach Höhle. Vor dem Polis noch Höhle. Ich weiß ja, dass sie dann. Ich weiß ja, dass sie dann.